Mein Würstchen genieße ich am liebsten mit Zeff. Das war's komplett. Abscheiden, genau. Hey Leute, habt ihr mich vermisst? Ja, ich bin erregt. Perfekt, ich euch auch nicht. In den letzten Tagen gab es ja einen regelrechten Spam meiner Videos. Ihr kamt mit dem Gucken gar nicht mehr hinterher. Dickes F auf jeden Fall an eure Hausaufgaben. Sorry Leute, sorry. Aber wie schon meine Oma immer zu pflegen sagte, wer aufs Klo geht, muss auch abwischen. Also müsst ihr heute nun die Konsequenzen meiner Abstinenz tragen und euch ganz herzlich begrüßen lassen zu einem weiteren, richtig Video. Ach. Ich habe ja letztens im Game im Stream gespielt. Ich habe ja letztens im Stream im Game gespielt. Ach. Das war echt unglaublich unterhaltsam. Deswegen würde ich euch definitiv raten, abscheiden. Und keinem eure Freunde davon zu erzählen. Wir haben das noch ein bisschen für euch zusammengecuttet und ich mache jetzt quasi doppelt Geld aus dem gleichen Content. Wer das nicht versteht, ist einfach nicht. So Leute, herzlich willkommen bei Intruders. Oder wie die Experten sagen, Intruders. Ich muss wahrscheinlich mal noch die Cam ein bisschen zur Seite ziehen. Ui. Okay, let's go. Ich freue mich drauf. Darth Vader schon wieder. Oh. Was für eine prekäre Gesamtlage habe ich mich denn wiedergebracht. Lass mich raten, es gibt nur einen Schließschrank in diesem Raum. Das ist ein Genie, Alter, der Typ. Dem machst du nichts vorzuschneiden. War das John Lennon, Alter? Kurz nach dem Friseur? Au. Äh. Hi. Okay, so schnell kann es gehen. Ah! Oh mein Gott. Hi, 90-jährige Mann. Ha! Hallo. Ich muss das erstmal alles irgendwie einordnen, muss ich sagen. Ja, was denn? Ich weiß, ich bin nicht angeschnallt, aber Mutter auch nicht. Die hat ihre Vorbildfunktion nicht erfüllt. John, John. Das hat gerade diskutiert. Oh, geil. Oh, ich kann so richtig ein nerviges Kind sein. Awesome. Ich hab' einen Fernseher in der Rücklehne? Daddy, was fährst du? Eine S-Klasse oder Geringverdiener? Jawohl, ja! Es ist eine Sicherheitskarte mit einem numerischen Kabel. Oh mein Gott, ich seh schon die ganzen Verschwörungen auf uns zukommen. Okay, das wird lustig. Ich hab' keinen Plan, worum's geht, by the way. Oh, ja, das wird eine richtige Party heute Abend. Okay, ich kenne dich später. Goodbye. Ich find's immer geil, wenn mein Dad am Auto, am Steuer telefoniert. Das macht immer einen sehr, sehr guten Eindruck. Ach, guck mal, die Kinder machen's schon nach. Siehste mal deinen Einfluss, du Brummer. Okay, ich nehm' das. Hahaha, wirklich witzig. Okay, ähm, Emily, schreib bitte keine FNAF-Kommentare bei Selbstvideos. Oh Gott, was? Das ist übelst creepy, also. Neugieriges kleines Mädchen. Oh Gott. Das wird spaßig, Alter. Haha. Oh, okay. Die Kleine nimmt Medikamente? Sieht doch so aus, als würde sie sich brauchen. Bei der Familie? Ah! Ja. Alter, ich bin im Auto von dem, dem übelsten Farmer, Heini. Da bin ich ja jetzt gespannt, was auf mich zukommt. Die wollten nach Hause fahren, oder? Also, es weiß gar nicht, wo es hingeht. Oh, wir sind hier. Oh, ja, das erklärt natürlich einiges. Kranke Nummer. Ich stehe auf verlassenen Häusern mitten im Wald, vor allem in Horrorgames. Das ist immer eine gute Ausgangslage, muss ich sagen. Holy shit! Sehe ich da hinten in der Ecke den geparkten Flugzeugträger? Kann ja, ganze Panzerdivision kann hier unterkommen. Ja, bring die mal, Alter. Die stinkt schon ein bisschen. So ein kleiner Muschelpo. So viele Windeln kann der doch gar nicht verbrauchen. Ha! Ah! Was ist das mit diesem Geweih-Nur? Ben, would you do me a favor and help me find the flashlight? I don't know where I left it last time. We need it in order to flip on the fusers. Was machst du da, Alter? Der zählt seinen Spullenboxen, Alter. Es ist so eine richtige Geringverdiener-Garage. Vor allem auch so in der Mitte geparkt. So, so fuck you-Style. So, ich habe ein Auto, aber eine Garage für zehn. Weil ich kann es mir leisten. Jawohl, ja! Ach, hier ist eine Taschenlampe. Cool. Nice. Ich komme schon. Oh mein Gott! Was? Holy shit! What? Das ist unser sogenanntes Zuhause? Wir sind in einer Gewaltigkeit unterwegs, die jede Beschreibung spottet. Bin ich auf irgendwelche Ölvorkommen gestoßen hier im Wald? Oder der Entwickler hat auch richtig Bock hier auf Interior Design. Hört, zieht euch das mal rein. Oh, Alter. Oh, ey, heftig. Oh, hier kann ich rein. Oh. Interessant. Verstehe. Gut. Wir kennen die Prämisse des Games. You see the fusebox? Ne, ist mega dunkel, Alter. Was ist mit deinem Gesicht passiert, Daddy? Er möchte nicht drüber reden. Kann ich die Sicherungsbox sehen? Was scheiß ich, Alter? Bin ich Elektriker oder was? Ich bin zehn Jahre. Hier irgendwie? Muss ich hier rein? Das ist gruselig im Keller, Dad. Kann ich mich auch verstecken? Ach so. Alright. Das ist der Sicherungskasten. Yo, what? Ja, ha, ich seh die doch. Uh. Das ist kein Straßenteppich. Das ist die ganze Shibuya-Kreuzung, die hier liegt. Alright. Ja, ist doch gut. Wir haben's kapiert. Beruhig dich, Alter. Lass mich mir erst mal umgucken. Ich war noch nicht hier. Ah, deine Lieblingssendung. Cosmo Perditea. Scheint echt spannend zu sein, muss ich sagen. Ich soll irgendwas Dad erzählen. Aber ich will jetzt auch gucken. Warum gibt's hier nur einen Sitz? Ach so, das ist nur ihr Zimmer. Natürlich. Zu groß war damals meine gesamte Wohnung, Alter, als ich Student war. Nee, nee. Genieß die Show. Alles easy. Alright. Überleg mal. Wenn du hier irgendwas suchst, mein Ladekabel, ich würd mein Handy nie wieder laden können. Der hat's mir verschollen. Der ist einfach weg. Alles weg. Fort. Meine Freundin, weiß ich nicht, habe ich zuletzt gesehen, 1950. Keine Ahnung, Alter. Habt ihr nie wiedergefunden. Ich muss euch ja sagen, vielen von euch, vielen von euch ist ja aufgefallen, dass Schatzi einfach nicht mehr hier im Hintergrund im Stream ist. Guck mal im Wohnzimmer nach. Aber nimm dir Essen mit. Oh, Alter. Okay, die sind unten. Oh, ja, ist das Haus sicher. Wir sind in einem Horrorgame. Ich mein, okay. Was macht ihr da? Warum steht der immer in der Gegend rum? Oh, klar. Gut zu wissen, dass ich in einer liebevollen, umsorgenden Familie aufwachse. Yo, Mom, was blubbert denn? Ich soll helfen, den Tisch zu decken. Könnt ihr mir erst mal aufräumen? Oder? Ach, hier sind Teller. Äh, wie denn? No! Ach, dafür kriege ich wieder Stubenarrest. Ich werde dir auch mal angeklingelt. Ähm. Wait, wo denn? Ach, natürlich. Ich vergaß. Die grundlegenden Errungenschaften der modernen Bourgeoisie. Die haben mir nicht gezeigt, dass das natürlich die belanglose Frühstücksecke ist. Wir dinieren am Dinertable. Ist natürlich klar. Also, ihr habt bloß einen Essenstisch. Fragt euch mal, was in eurem Leben schiefgelaufen ist, Leute. Jawohl! Oh, ich darf die Weinflasche anfassen? Was gibt's denn für einen formidablen Tropfen? Chateauneuf du Papé, Alter. Chateauneuf du Pap. Natürlich werde ich die nicht fallen lassen, diesen kostbaren Wein. Sollte es mal machen. Allein aus frechheitsmäßigen Gründen. Was ist denn mit ihm? Hat der im Duschkasten rumgetrüffelt, oder was? Oh Gott, ist das awkward hier alles. Alright, es gab Pizza, immerhin. Eine gute Sache, die am heutigen Tag passiert. Es wird Zeit für ihre Tabletten, alles klar. Was hat sie denn? Ihre Arme sind 10 Zentimeter lang, da rächt die nicht ran. Nicht viele. Ich muss sie mehr holen. Wenn du in die Drogenstelle in der Stadt gehst, z.B. einen nassen Lappen kaufen für dein Face. Okay, Imperator Pelpedine. Es liegt immer noch da. Die kommt da immer noch nicht ran, du Assi, Alter. Oh, der ist so unangenehm, Alter. Guck mich nicht an, ich möchte nichts zu tun haben, Alter. Außer mit dem Erbe, dann frag mich nochmal. Oh, das ist jetzt das Tutorial für alles, was da folgt. Äh, ja. Einen Schlüssel muss ich finden. Oh, ich muss hier raus. Oh! Da hoch! Wir sind in der Bibliothek. 7, 8, 9 und 10. Hier komme ich. Ähm, okay. Kannst du nochmal bis 10 zählen? Ich glaube, die weiß weitere Zahlen nicht. Von daher muss sie von vorne anfangen. Okay, wo ist sie denn? Oh, die wird mich hier überhaupt nicht mutmaßen, Alter. Es gibt eigentlich nicht so viele Orte, wo ich sein kann. Warte. Darfst du jetzt nur nicht umdrehen, sonst ist mein Plan zunichte. Ah, verstehe. Okay, hier kann ich mich verstecken. Ich muss da den Schlüssel bestimmt rausholen. Ich habe schon Hide and Seek Games in meiner Laufbahn gespielt, Alter. Aber schön, dass du es mir nochmal erklärst. Hier ist der Schlüssel. Ja, danke. Ich bin da. Der Simpschlüssel. Nein! Oh, tust du nicht. Ich war es gar nicht. Oh Gott. Ah, das war richtig. Geilstes Versteck-Game ever. Oh, shit. Ja? Was bin ich denn so panisch vor meiner Schwester? Die ist 7, Alter. Was will sie denn machen? Mich voll husten? Eine Pokémon-Sticker-Klauen. Okay. Wo bist du denn? Lol. Gut. Lebe heute, kämpfe morgen. Okay. Boah, die wird mich nie mitkriegen, ne? Ich glaube, die Tür war unten, wo ich hin muss. Oh, ich muss da um die Ecke sein, bevor sie die Treppe runterkommt. Ich glaube, sonst sieht sie mich. Ich weiß ja nicht. Das ist eine ganz schlechte Idee. Würdest du bitte an den anderen Ende des Raums gehen, dein Gesicht in die Bücher vergraben und nie wieder in Worten gereden? Dankeschön. Das wäre cool. Okay. Wenn sie jetzt eine ganze Runde geht, dann habe ich jetzt hier eine gute Gelegenheit. Okay, sie ist da. Da ist die Tür. Ich gehe hier mal um diesen massiven roten Globus. Warum auch nicht, Alter? Ich sammle die in allen Farben des Regens. Bogens. Also, wenn das mit den, keine Ahnung, Einbrechern oder so, die kommen, dann auch so läuft, dann alles cool, würde ich sagen. Oh, nein. Nö, bin ich eigentlich der gegenteiligen Meinung, aber schön, dass wir mal diskutiert haben. Alter. Warum schlafe ich auf dem Boden? Ja, ich kann nicht hören. Wait, ach da. Ja, gib her. Ja, ich war so ein braver Junge und war im Bett, ne? Es regnet. Oh, wow. Sag das deiner siebenjährigen Schwester oder wie auch immer, wie alt die ist. Da gehe ich jetzt mal zu ihr? Und was mache ich denn mit ihr? Die trösten? Sanft in den Schlaf wiegen? Windeln wechseln? Keine Ahnung. Was macht man mit siebenjährigen? Zum Glück regnen da die Kissen nicht voll. Alles easy. Oh. Äh. Wait, what? Hier ist ne Scheibe. Ich kauf's ja kein Wort. Aber gut. Ich lass mit mir reden. Oh, die stirbt. Oh, die stirbt. Die geht raus. Die ist tot, Leute. Das war's mit dir. Ciao, Mom. War nett mit dir. Eine Installation. Es muss etwas mit dem Werkzeug zu tun haben. Dann müssen wir herausfinden, was es ist. Ich gehe erst. Müssen wir? Wenn der Vater sieht, dass wir noch auf sind, wird er wirklich verrückt. Ähm. Ich gehe erst? Das ist aber ihre Schnapsidee. Oh, nee. Okay, ich gehe. Wo ist denn Dad? Der steht bestimmt irgendwo rum und zählt seine Büchsen. Oh, Alter. Ich werde mich in diesem Haus nicht zurechtfinden. Okay, in die Garage muss ich anscheinend. Oh, das hier. Ui. Ähm. Mist. Ich hoffe mal, ich sehe ihn hier irgendwo rumsträucheln. Ich soll ihm ja folgen, ne? Ich glaube, ich bin hier gesehen, wie er hier runtergelatscht ist. Bin aber nicht sicher. Die Pizza ist bestellt. Warum hast du... Was hast du denn da auf dem Herd? Oh, da ist er. Ah. Er ist mal gleich hier hintergegangen. Der steht da immer rum. Der urscht sich neue Tuschkästen auf Amazon. Ich sehe es schon. Ah, hier geht's lang. No. Ich habe nicht gesehen, wo er hin ist. Dad? Wo ging er? Äh. Hast du nichts gefunden? Ich sah Dad in, aber... Diese... Diese Wand, die... Ach was! Ja, und du! Wo ist sie denn hin? Ist sie mit mir hier drin? Ich habe es gewusst. Da ist ein Heimgang. Ah. Nice. Oh, geil. Das ist interessant, Alter. Wow. Hast du die secrette Tür gesehen? Nee. Ich... Okay. Oh Gott. Ey, die traut sich was, Alter. Wenn Dad lefte, ein Tool auf dem Kanal bewegt. Oh. Wow. Die ist nicht sieben, Alter. Der hat irgendein... Keine Ahnung. Irgendwas ist mit der. Ich weiß... Ich weiß... Irgendwie ist die gruselig. Ich weiß... Ich weiß... Ich weiß... Ich weiß... Das macht Sinn. Stimmt. Alter, wenn ich so ein Haus hätte, hätte ich auch sowas. Brück da nicht drauf. Ich wollte es gerade sagen, Alter. Vier Betten. Ja, es muss ein Panic Room sein. Das ist gedacht für uns alle. Oh, wow. Du kannst sehen, wer zu der Tür kommt. Das Kind hat ein IQ von 1000. Das ist leicht spooky, ey. Die Runde haben alle Mikrofonen. Gleich sehen wir die Mutter, wie hier irgendwas passiert. Lass mich gehen. Das war das Mams-Volk. Er... What the f... Was ist... Warum haben die ihren Gorilla mitgebracht? Ist der fünf Meter groß? Also, oben ist in diesem Haus sehr abstrakt, mein Freund. Sehr eindringlich. Oh Gott, alter Krantelbart. No, der reißt die Kamera ab. Du siehst echt richtig gesund aus. Yeah, ich gehe da raus und mache die fertig, die Boys. Oh, das Spiel gefällt mir richtig gut. Das macht fun. Ich suche jetzt meine Eltern, oder... Was ist irgendwie der Plan? Was war das? Ich kam aus dem Garage. Sie kommen nach dir. Hi. Ja, ich hab's begriffen, Alter. Mein Gehirn funktioniert doch schnell. Mag man mir nicht zutrauen, wenn man mich so ansieht, aber... Oh, es sind mehrere. Was hat denn der auf dem Kopf? Was ist denn ihm los? Der durfte nicht zum Maskenball. Oh, sie wissen's. Du siehst übelst bescheuert aus, Alter. Geil. Sehr geil. Das ist sein Motto. Helm. Okay, dieser Plan funktioniert also schon nicht mehr. Ähm... All right. Ja, ja, definitiv. Ja, ja, definitiv. Ben, was sie gesagt haben, ist wahr. Das Telefon funktioniert nicht. Was werden wir tun? Ähm... Ich kann das Handy hören, das Vibriere. Okay. Das Handy der Mutter, das vibriert. Ich muss es suchen. Wahrscheinlich vor denen. Schau an die Kameras. Kannst du sehen, wo es ist? Oh, das ist gut. Es war in der Kutze. Oh, das ist jetzt ungünstig. Mist, wo geht's denn zur Küche? Oh, ich weiß es nicht mehr. Oh, warte mal. Da drüben. Da drüben. Ich hab's... Ich muss hier rum. Ums Eck. Gibt wahrscheinlich mehrere Wege. Alter, die haben hier richtig Rambazamme gemacht. Sollte das Nacht sein, oder? Warte mal, hier ist die Küche. Sieht die doof? Ich hab's... Nimm! Warum nehm ich das nicht? Nimm's! Ach, dann wissen die es, ne? Ich kann das nicht so schnell ausmachen. Ah. Ich hab's... Was ist mit ihr denn? Was soll ich machen? Lara Croft auf Wish bestellt. Ja, okay. Das war jetzt unser Plan. Mist. Jetzt sterben wir wohl alle. Schade eigentlich. Ja, ich hab alles, mein Bestes gegeben. Tut mir leid. Abscheid.